KJ Games Die Hauptstädte Oh Gott, ich habe keine Ahnung Ich gehe mal da drauf Ich schätze, es ist aber falsch Ja, es ist falsch Okay, Afrika, Angola Wo liegt Angola? Oh Gott, ich habe wirklich keine Ahnung Naja, nicht so schlecht Japan, Asien Okay, das weiß ich Tokio, das liegt in etwa hier Na, okay Nicht so schlecht Und was haben wir da noch? Ecuador Ähm Oh Gott, hier liegt es glaube ich Ecuador Ich habe Knapp daneben Also ich bin da nicht so gut Äh Oh Gott Äh, hier dürfte das liegen Ah, okay, doch nicht Aha Okay, Zypers Zypern liegt doch, soweit ich weiß, hier, oder? Ja Nicht weit entfernt 64 Mal Und Iran Der Iran ist doch Wenn ich mich nicht ganz täusche Das große hier, oder? Ja Aber ich weiß ja nicht genau Wo die ganzen Städte liegen Dann der Jemen Der Jemen dürfte doch Oh Gott, wo liegt denn der Jemen? Ich glaube, der liegt hier Kann das sein? Ah, nee, da unten Okay, das weiß ich leider nicht Gut, okay Level 2 Große Städte Nacht Äh Grenzen Erlaubt Ja, okay Nizza Frankreich Äh Ich denke, das liegt mal Nizza liegt doch ziemlich südlich, glaube ich, ne? Hier in etwa Ja, genau Was haben wir noch? Äh Nordamerika St. Pierre Oh Gott Ich habe keine Ahnung, ey Ich gehe mal hier drauf Oh, nee Äh Kroatien Kroatien ist hier Dann gehen wir mal Ich Genau Gut Dann Marokko liegt hier Und ich gehe einfach mal drauf Okay Japan Kawasaki Hier Das ist doch das Motorrad Oh Da war ich ziemlich nah dran Was? Asien Usbekistan Äh Gott Ich habe keine Ahnung Setze ich irgendwas nach hier an Ich gehe da mal hin Oh, gar nicht so schlecht Oh, gar nicht so schlecht Äh Kyoto In Asien In Japan Oh Gott, ich gehe da mal hin Oh, auch nicht so schlecht Not Nordamerika Boah Ich schätze mal hier Ich würde Oh Gott, Gott, Gott Oh, ich habe keine Ahnung Ja, ich weiß, dass ich nicht so gut war Oh Gott USA Okay, in den USA von den Bundesstaaten kenne ich mich Texas Hier Liegt das nicht hier irgendwo Ach, ne, liegt genau am anderen Ende Dann Texas Amadello Ja, okay Also das war es jetzt Mal hier Es kostet 240 Microsoft Points Und ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ich weiß, ich war nicht wirklich sehr gut Und Ja, also Bis zum nächsten Mal Und Die Kanäle abonnieren Und immer schön weiterzocken